Ja, den Regen haben sie hier wieder gemacht, Mann. Ich habe gedacht, das geht klar. Ich kriege so Schläge von hinten ab, Alter. Hinten auf jeden Fall ein bisschen Luft noch ablassen. Gabel arbeitet ganz gut. Bremsen müssen sich ein bisschen einfahren, merke ich gerade. Aber ich glaube erstmal Gewöhnungssache. Und springen war jetzt ein bisschen komisch damit. Also ich kam mir sehr langsam vor. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.